So Tag Nummer O 6 müsste es sein, oder? Ja, ich glaube. So, erstmal die ganzen Mehl von gestern, die Mission Wars, die habe ich ja nicht bekommen, aber heute habe ich sie ja nicht bekommen. Drecks da mit dem Mehl-Back. Das wird auch ne Ewigkeiten dauern, bis wir da sowas behoben kriegen. So, das kann NPC auch noch mal eineinhalb Mülle. So, bitte, Auktionshaus, habe jetzt ganz viel verkauft. Okay, registered. So, wieder gut, wie nix raus, äh, zum Katzen. Oh, zwölf Mülle wenigstens. Und t-t-t-ding, 100 Mülle haben wir schon mal geknackt. Jetzt fange ich jetzt mal den Ort rein, der sagt 411 Mülle. Äh, 419 Mülle, akzeptiert. Nimm an. Ähm, obwohl, ja, wie gesagt, das ist ja nicht mein Ohr ab. Das ist halt nur, damit er endlich weg geht. Äh, das IOS kann rein. Aber wenigstens haben wir schon mal die 100 Mille. Obwohl mich das so wundert, dass es jetzt erst geknackt ist. Weißt du, am ersten Tag hatten wir schon 39 Mille gehabt. Na ja, mal gucken, was heute noch passiert. Das ist ja endlich Wochenende. Und dann schauen wir mal weiter. So. Na ja, halt. So. Oh, da ist ja noch ein Slot rein. Oh, zwei, oh, vier Mille. Zwei Mille? Ich bin nur neiner. Das ist ja geil. Oh, zwei Mille? Hey, geil. Wie jetzt nicht gedacht. Wenn man letztens nämlich nur so 500k wert wäre. Oh, aber dann. Okay, ich verabschiede mich. Oder wie das. Bis später, sage ich so. Ja. So, einen guten Abend Ja, oder jetzt zu den restlichen Dungeon Ones Wir haben noch einmal, ich bin noch mal in den Nashwall gegangen Oh, 3,1 Sehr schön Ich bin nicht mehr viele Dungeons gerannt Ich bin jetzt 3DX Dungeons gerannt und einmal in der Station Wir haben jetzt eigentlich erst 10 Uhr, aber ich bin so fertig hier noch von Ich bin etwas kaputt von der Arbeit und ich leg mich dann gleich hin, deswegen ist heute nicht viel passiert Ja, deswegen mit heute, wo er wahrscheinlich nicht viel Hals reinkommen Max, MP, Stero und Attack Also beide Schrott Ja, ich hatte einen kleinen Fehler gemacht oder obwohl, eigentlich war es ja unwichtig, ich hatte den Ort verkauft für 400 Mille Das Hals hatte ich da gleich reingetan Was aber eigentlich unwichtig ist eigentlich hätte ich jetzt 400 Mille gewinnen gemacht aber ist ja eigentlich Quatsch, weil das ist ja der Ort, den ich ja bekomme als Gegenleistung bekommen hatte den ich jetzt A herstellen sollte weil der Kollege ja 800 Mille von mir geliehen hatte und das war schon mal die Hälfte, die ich dann sozusagen wiederbekommen habe also kann man das nicht dazu zählen also das nicht zufrieden gut, die abgekostet Pack ich jetzt schon mal an so das noch und das noch ja ich war DailyQuest noch machen, da habe ich einmal die Chapter gedrapt, die verkaufen wir auch da ich BM3 komplett habe und ich nicht nicht, also Twinks so gut wie nicht spiele abgepeilt sind schon raus war das Dungeon? Ich weiß es jetzt nicht Dx Dungeon Dx Dungeon Nummer 20 Falsch oh 11 Mille, dann gehen wir mal nach oben wir haben Glück und wir kriegen das Ding verschärbelt 10,2 und die Abgekehrungen sind auch schon aus, das ging ja schnell und die Abgekehrungen 120 Mille haben wir jetzt zum Abschluss das ist auch Müll Nix Dollars aber hier drin, was ich verkaufen könnte ja ich hab zwei jünger Block hier die hatte ich nämlich noch von meinen Twink aber das, wenn ich die jetzt verkaufen würde, würde es ja nicht zählen, das ist ja nicht was, was ich an der Woche gemacht habe deswegen lassen wir das so, ich verabschiede mich und ja, wir sehen uns dann morgen wieder Tschüss